So, ich bin Johannes King. Ich treibe seit fast 18 Jahren mein Unwesen hier auf Schild. Die Basis ist hier, das Öhringhof, das ist meine Trotzburg, kann man wirklich sagen. Und das Drumherum, was ich habe, das ist im Laufe der Zeit aufgebaut worden. Und es geht nicht, dass man so etwas alleine macht. Es braucht echt ein richtig gutes Team, die das mitleben wollen. Und dann wird auch ein ganzes Trotz. Man kommt hier an und man fühlt sich eigentlich direkt wie zuhause. Auch wenn man hier arbeitet, ist es einfach toll mit den Kollegen und es ist ein gutes Miteinander. Also das gehört einfach hier so hin. Es ist schon so eine Juwele der Hotellerie und auch Gastronomie. Ein ganz ganz besonderer Ort, ich denke für unsere Gäste, aber auch für alle Menschen, die hier wirken, weil wir auf eine ganz eigene Art und Weise wirken können und uns manchen Dogmen nicht unterwerfen. Das gibt sehr viel Freiheit und das ist ja etwas ganz ganz Besonderes. Europäer